Dritte Tarifrunde. Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und Arbeitgeberverbänden sind heute in Korntal-Münchengen in die dritte Runde gegangen. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel in Baden-Württemberg 6% mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten bisher 1,5% im ersten und 1% im zweiten Jahr an. Eine Einigung gilt als unwahrscheinlich. Bereits am Vormittag hatte Verdi zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Zudem fanden in den letzten Tagen im ganzen Land immer wieder Warnstreiks statt.